So, Lisa und ich, wir fahren jetzt einen Kesselzug nach oben. Dazu muss erst die Baureihe 86 zum Zug gefahren werden und dann wird Lisa mit dem Zug nach oben fahren. Herzlich willkommen, Wilfried und Lisa, mit einem neuen Video. Okay, also die 1 drücken? Ne, keine 1 drücken, einfach so fahren. Umschalten. Nochmal. Die muss zweimal schalten. So, und jetzt ab. So, und schon für die 86. Lisa fährt schön langsam und ruhig. Man kann hier auch die Gleichsperr-Signale sehen. Die stehen richtig. So, Lisa fährt langsam. Ganz langsam. Stopp. So, jetzt einmal zurückschalten. Einmal, ja, ne, nicht zweimal. Der war schon, tu mal. Noch einmal schalten. Dann haben wir falsch. Okay, noch, jetzt zweimal. Nochmal. So, jetzt langsam anrücken. So. So, okay. Nochmal. Jawohl. Und ab geht's. Hier ist gleich Spersignal aufgestellt. Ich denke, das kann man auch sehr gut sehen. Da geht jetzt der Bahnübergang. Langsamer, Lisa. Kannst ganz langsam fahren. Ganz ruhig. Jawohl. So fährt der Kesselzug. So, fährt der Kesselzug. So, fahren wir weiter. Etwas mehr. Jawohl. Langsam. Jawohl. Auf 100. Ne, muss nicht auf 100, sondern schön langsam fahren. Auf 50. Ja, weiter. Etwas schneller. So, ist gut. Prima. Langsam, jawohl. Langsam, aber jetzt ist es schön gerade. Nein, das ist fast schon. Jawohl. Und da fährt die Lok schön langsam ruhig. Das Signal steht hoch. Das geht jetzt automatisch runter. Jawohl. Weil der Zug eine Lichtschranke durchfährt. Jetzt kommt die Kurve. Hier meldet sich schon der Bahnübergang. Und die Ansage erfolgt gleich. Genau, ein Zug fährt durch. War ja Güterzugstück. Ja, ist sie schön. Langsam, langsam. So, da wollten wir hin. Alles klar. Der Zug ist angekommen. So, da ist es ganz schön. Ich bin nicht. Ich bin nicht.